liebe zuseherinnen liebe zuseher da geht es ganz schön zur sache ein bisschen weit am rand schön steil hier rauf aber es geht sich halt eben nur dieses kurze stückchen hinter dem oder hinter der otterhütte aus und so ein Das war's für heute. Ich glaube, wir sind gleich hier oben. Ja, hier wäre halt dieses Kreuz gewesen. Ich schau, aber ich glaube, das ist dann hier diese Westes Kanzel. Ich glaube, daher wollte ich. Ja, das wird schon richtig sein hier. Ja, wer ist das? Hallo, ihr beiden. Na, hallo. Na? Ja, üblicherweise sind hier ja Tollen. Aber die schauen etwas größer aus. Großtollen. Naja. Ja, und der Ausblick von hier ist natürlich dann gigantisch. Ja, das ist gewaltig. No. 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 Ja, der Ausblick ist hier gewaltig. Hier hinunter geht es über einen Kilometer. Also das ist schon ein Wahnsinnspanorama. Hier linker Hand wie der Schneeberg. Hier die Otto-Hütte, der Otto-Haus. Hier ist wunderbar am Ziel heute angelangt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gewaltige Impressionen. Hier ist ein Wahnsinnspanorama. Und dann... Vielen Dank.